Einfach belästigt, ich wurde halt belästigt dort und dann schon auf meinen Nachhauseweg, weil die haben mich nach Hause gefahren und dann war das einfach so, also ich hab einfach mich dabei ertappt, wie ich wieder mal nichts gemacht hab. Ich saß da einfach, Digga und hab alles ergehen lassen, was die gemacht haben, obwohl ich davor schon mal gesagt hab, ich möchte das nicht, ich find das grad richtig, richtig scheiße, wie du mit mir redest oder generell, über was ihr da grad redet, also beim Reden nur und dass ich das ganz unangenehm finde und das nicht will und das Einzige, was dann kam, so ja, du bist ja erst 17, kein Wunder, dass du da noch so, wie nennt man denn, nicht so offen dabei bist und ich denke, okay, krass, also wenn ich nicht über manche Themen reden will, liegt das an meinem Alter, kann man so hinnehmen, aber die haben dann nicht drauf gehört und Ich möchte das eigentlich gar nicht so thematisieren, ich hab das auf Twitter gemacht und hier möchte ich das gar nicht so machen, aber dann ist auch am, also dann in mein Hotel, wo ich nach Hause wollte, also wo ich dann schon da war, war auch so ganz, ganz komisch einfach. Ich bin auch sehr enttäuscht von denen, weil ich das eigentlich nicht so gedacht habe und ja, ich muss das halt jetzt noch irgendwie zwischen denen und mir erstmal ein bisschen klären, weil ich bin jetzt auch nicht Fan davon, jetzt einfach so logischerweise Namen rauszuholen, das ist auch nicht gut und dann habe ich auch keine Beweise, also ich habe Sachen aufgenommen, aber genau nicht da, nicht da in dem Moment und ja, ich muss das halt regeln, wer weiß, was sich da noch bildet, aber was ich eigentlich sagen will, passt einfach auf euch